Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es geht um unseren Herrn Babochi. Allerdings geht es mir nicht darum, dass ich jetzt einfach nur auf ihn eingehe, sondern es geht einfach nur darum, dass er eine Gruppe von Menschen vertritt, nämlich die Dogmatiker, die ernsthaft glauben, dass die Dogmen alles im Leben sind. Und ja, das Dogmen, das Fundament sind, wie man sein Leben ausrichten sollte und was man glauben sollte. Und das ist halt eben das richtig große Problem. Und er war früher in der traditionellen Spiritualität, das heißt also, er war Hinduist, Buddhist und so weiter, irgendetwas in der Richtung. Und jetzt ist er Christ geworden. Ja, und ich habe mir ein paar Videos von ihm angeschaut, mir ein paar Notizen gemacht und ich habe festgestellt, dass das, was er sagt, extrem unlogisch ist. Und genau da möchte ich ansetzen, dass ich einfach zeige, dass aufgrund von logischen Gründen der Dogmatismus nicht der richtige Weg ist. Also in seinem Video, was für ein Christ bin ich überhaupt, hat er in der siebten bis achten Minute gesagt, dass er nirgendwo zugehörig ist. Und in der siebzehnten Minute hat er gesagt, dass er einfach Nachfolge Jesu ist, weil damals gab es noch keine menschengemachten Gruppen wie die katholische Kirche, sondern damals gab es einfach nur die Jünger Jesu. Und als solche bezeichnet er sich auch. Und in der 22. Minute sagte er, dass du als Mensch zum Verderben vorbestimmt bist oder vorherbestimmt bist, zu Gott zu kommen. Das nennt man Calvinistisch und das ist auch gut biblisch begründet. Und er sagt auch, dass man das Heil nicht verlieren kann. So, jetzt ist es so. Wenn ein Gott vorherbestimmt, dass man in die Hölle kommt und hat man von Anfang an überhaupt keine Chance, dann wird Himmel und Hölle zu einer Lotterie. Das ist absolut unlogisch und es ist total, es sind freier. Welche Rolle spielen dann die Menschen, wenn sie sowieso von Anfang an dazu bestimmt sind, in die Hölle zu gehen? Das macht keinen Sinn. Und wenn man das Heil nicht verlieren kann, dann frage ich mich, wozu dann überhaupt die Gebote einhalten, wenn man einfach im Lotto gewonnen hat, dann kann man ja alle möglichen Sünden begehen und man kann das Heil eh nicht mehr verlieren, ja. Also Leute, das ist sowas von dermaßen absurd. So, 27. Minute. Er sagte, es gibt eine harte Theologie, die besagt, das sind meine Lieblingsvölker und die anderen müssen ausgelöscht werden und da möchte ich rein, sagte er. Und da frage ich mich, Babaji, wieso willst du da rein? Ja, was gibt dir das? Ich verstehe das nicht. Willst du selber ein Gefühl geben, dass du was Besseres bist als die anderen? Ich verstehe einfach nicht, was das soll, ja. Gut, nächstes Video. Gott machte mich zum Dogmatiker Danke, ja. In der ersten Minute sagt er, man muss sich ein Fundament aussuchen, ja. Und das ist gleich schon mal falsch, weil am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die Menschen, die ihr Weltbild auf Fakten und Logik aufbauen, so wie ich, und so wie andere rational denkende Menschen, die vernünftig sind, und die anderen Menschen, die einfach irgendwas nachplappern, was andere sagen. Und du gehörst zur zweiten Kategorie, und wenn ich irgendwas nachplappere, was andere sagen, oder was irgendwie Buchstaben einfach behaupten, ohne Logik und ohne Belege natürlich, dann ist man Teil der Verliererbewegung. Dann gehört man zu den Verlierern. Weil, wenn ich an irgendwelche Dogmen glaube, dann kann ich jeden Scheiß glauben, ja. Wenn ich an Fakten-basiertes und Logik-basiertes Weltbild habe, dann glaube ich gar keinen Scheiß, ja. Vierte Minute. Wenn ihn jemand fragt, antwortet er mit der Bibel. Antwortest du mit der Bibel? Und das ist halt eben die Sache. Dogmatismus ist nichts anderes außer ein Energiesparprogramm. Man kann einfach nur Copy-Paste machen. Man ratet einfach nur wie so ein Plattenspiel irgendwelche Buchstaben runter. Und das ist absolut unaufwendig. Das ist der Weg des geringsten Widerstandes. Und deswegen ist Dogmatismus so beliebt, wenn man einfach zu faul ist, um nachzudenken und sich einfach mal ein bisschen Wissen anzueignen. Und dann ist es natürlich viel leichter, wenn man einfach nur irgendwelche Buchstaben soziert. Und dann sagt er in der fünften Minute, entweder Gott erweitert die Herzen der Menschen oder er verhärtet die Herzen. Wo man sich die Frage stellen muss, wozu? Ja, wozu verhärtet Gott die Herzen bitte? Also, wenn Gott die Herzen der Menschen erweitert, haben sie Glück gehabt und Lotto gewonnen, weil dann kommen sie näher an ihn heran. Obwohl es auch keinen Sinn ergibt, weil die Ausgewählten sind sowieso schon dabei. Oder er verhärtet die Herzen und macht es den Menschen noch schwieriger, was auch keinen Sinn ergibt, weil entweder du bist von Anfang an dabei oder du bist von Anfang an nicht. Also, es gibt kein, du kommst näher dran und näher nicht und so weiter. Das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, wozu? Das ist doch alles total absurd und sowas von unnötig. Und wenn Gott die Herzen verhärtet, was denkt er sich dabei? Er macht es den Menschen einfach nur noch schwerer, als es noch hin schon ist. Er hat überhaupt keinen Zusammenhang, überhaupt keinen Nutzen für niemanden. Und da muss man einfach sagen, das ist einfach falsch, weil wir haben die Möglichkeit, unsere eigenen Gedanken uns zu machen und die Dinge einfach mit Logik zu überprüfen, unseres Verstandes zu bedienen und einfach die Dinge von einer Metaperspektive sehen. Und es ist nicht so, dass wir einfach alle Plattenspieler sind. Wenn es eine Sache Gottes ist, wie du denkst und ob du jemals ein Fundament findest, dann sind wir alle Maschinen. Dann sind wir alle NPCs, die Gott hergestellt hat. Und somit hat auch unser gesamtes Denken programmiert. Da sind wir wieder komplett hilflos ausgeliefert. Und warum sollte Gott Leute erschaffen, die hilflos ausgeliefert sind? Das macht keinen Sinn. Ob du jemals ein Fundament findest, liegt bei Gott, weil das heißt, so war es mit den Menschen, die als Fundament für ihre Weltanschauung einfach eine Fakten und Logik haben. Fakten und Logik kannst du dir alles selber dich darüber informieren. Du kannst dich damit beschäftigen und somit liegt es in deiner Hand, ob du jemals ein starkes Fundament hast. Du kommst nicht auf die Idee, dass Fakten und Logik auch ein Fundament sind, welches Dogmatismus bei weitem schlägt. 15. Minute. Der Verstand ist irrtumsbehaftet und daraus zu reden ist immer schlecht. Und das ist falsch. Es ist nicht immer schlecht. Es ist vielleicht manchmal schlecht, ja. Aber nicht immer. Der Verstand hat in unserem Leben eine sehr große Rolle, die sich spielt. Wir benutzen unseren Verstand jeden Tag. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wer gewinnt, der Verstand oder ein von irgendwelchen Buchstaben aus einem Buch, dann gewinnt immer der Verstand. Und in keinem einzigen Fall gewinnen irgendwelche Buchstaben. Jetzt erklär du mir bitte einen einzigen Fall, wo wir irgendwelche Buchstaben aus einem Buch gewinnen. Ja, viel Spaß bei der Suche. In der 17. Minute sagt er, die Gnade ist etwas, was im Christentum besonders ist. Und das ist falsch. Das Christentum hat kein Monopol auf die Gnade Gottes, sondern in der Esoterik, da wird gesagt, es ist nicht vorbei, bis du gewonnen hast. Das ist das größte Versprechen Gottes an die Menschheit. Und wenn du jetzt selber sagst, dass wir es nicht verdient haben, dass es nicht vorbei ist, bis wir gewonnen haben, dass wir unendlich viele Antritte haben und dass es für uns immer gut ausgeht, und dann widerspricht du dir selber. Weil dann würdest du selber auf der einen Seite sagen, dass es zu schön ist, um wahr zu sein, und auf der anderen Seite sagst du, dass das Christentum ein Monopol auf die Gnade Gottes hat, während es ja dann objektiv betrachtet, die Gnade Gottes wäre laut deiner Logik, wenn wir unendlich viele Chancen haben. Weil es einfach viel besser ist, als das, was wir verdient haben, aus deiner Sicht. Und deswegen ist auch aus deiner Sicht die Esoterik ein zweites Weltbild, wo es um Gnade geht. Nummer 3. Nächstes Video. Christen unter Gehirnwäsche, 5 Widerlegungen, wo in keinster Weise das Thema Gehirnwäsche überhaupt erwähnt wurde. In der 5. Minute sagst du, die Juden waren das ausverwählte Volk Gottes. Das ist ein ganz klarer Widerspruch zu dem, was du in einem anderen Video gesagt hast, wo du sagtest, dass Gott vor seiner Schöpfung festlegt, wer das ausverwählte Volk Gottes ist und wer nicht. Das heißt also, er hat zuerst festgelegt, dass die Juden das ausverwählte Volk sind, und dann sind es die Juden auf einmal nicht mehr, da sind es irgendwelche Bibeldogmatiker. Das heißt, er hat zwei ausverwählte Völker von Anfang an festgelegt, und zu dem Zeitpunkt, wo es die Juden waren, waren es die Christen noch nicht, und zum Zeitpunkt, wo es die Christen sind, sind es die Juden nicht mehr. Also was soll das? Das heißt, Gott legt von Anfang an fest, die Juden sind das ausverwählte Volk, und weiß dann von Anfang an, dass sie es später nicht mehr sein werden, wodurch sie es nie gewesen sind. Das heißt, er hätte sie niemals als ausverwähltes Volk festlegen dürfen. Ja, ist ein Widerspruch in sich. Zwölfte Minute, warum werden Christen verfolgt? Ja, natürlich, weil sie in der Wahrheit sind. Falsch. Die Christen werden verfolgt, weil die Muslime und auch Hindu-Fundamentalisten gewalttätig sind, weil ihre ideologischen Konzepte das vorschreiben, oder weil irgendwelche Psychopathen das so auslegen, dass sie gewalttätig gegen Christen vorgehen müssen, einfach nur, weil es andere Leute sind. Ja, einfach nur, weil es andersgläubigte Menschen sind. Das ist ein intertheologischer Konflikt und nichts anderes. Ich kann genauso sagen, warum werden unsere Esoteriker im Mainstream deformiert? Einfach nur deswegen, weil die Esoterik die Wahrheit ist. Ja. Nochmal, die 19. Minute, da sagst du, wenn jemand Jesus, wenn Jesus nicht Gott ist, dann ist er ein Irrelehrer, und das ist auch falsch, weil die Behauptung, dass Jesus Gott ist, ist einfach nur eine Behauptung aus der christlichen Theologie, und diese Behauptung kann einfach falsch sein. Ja. Das heißt nicht automatisch, dass Jesus ein Irrelehrer ist. Er könnte auch der Abgesandte eines anderen Gottes sein, und trotzdem ein wahrer Lehrer gewesen sein. Ja, schon mal darüber nachgedacht. Wahrscheinlich ja nicht. In dem Video, warum du die Bibel akzeptieren musst, sag ich in der zweiten Minute, dass sich die Menschen die Perlen raussuchen, und dann hast du keine Sicherheit. Das heißt, die Menschen, die machen Rosinenpickerei, und suchen sich einfach die Rosinen raus, die sie brauchen, und packen sich so ein eigenes Weltbild zusammen, was auch falsch ist. Du solltest, wenn du ein stabiles Weltbild hast, dir alle Weltanschauungen anschauen, und dir das raussuchen, was Fakt ist. Dir das raussuchen, was mit der Realität, mit der Wirklichkeit übereinstimmt, und dich an die Wirklichkeit orientieren. Das hat mit der Rosinenpickerei überhaupt nichts zu tun. Und dann hast du da wohl deine Sicherheit. Dann hast du einfach nur mehr Informationen als vorher, die auf Fakten basieren, und dann wirst du immer sicherer. Und so funktioniert es, und nicht anders. Und Sicherheit hast du als Dogmatiker am allerwenigsten, weil Dogmen sind einfach nur leere Behauptungen, und die sind auch noch unlogisch, und somit kannst du dich darauf verlassen, dass die Dogmen falsch sind. Und wenn sie nicht unlogisch wären, dann hätte ich es nicht so leicht, mit diesen Dogmen Schlitten zu fahren. Weil machen wir uns bewusst, dass wenn ein Gott uns so herstellt, dass wir von der Logik komplett abhängig sind, das heißt, dass unsere ganze Kommunikation auf Logik basiert, und gleichzeitig er festlegt, dass der Dogmatismus der Weg zu Gott ist, dann macht er einen Fehler. Weil die Menschen, die gemäß ihrer Herstellung das nicht glauben können, weil sie nicht an unlogisch Dogmen glauben können, die haben einfach Pech gehabt. Das heißt, er hat sie falsch hergestellt. Nummer 4. Also in der vierten Minute. Du hast keinen Fürsprecher. Am Ende der Zeit sagt Jesus, wer sich meines Namens nicht schämt, für den schäme ich mich auch nicht. Ein Jesus schämt sich nicht, insbesondere dann nicht, wenn er der Höchste der Gott ist, weil schämen kannst du dich nur dann, wenn es Leute gibt, die auf deiner Stufe stehen, oder Leute sind die über dir stehen. Weil Scham hat immer etwas mit einem sozialen Status zu tun, und das ist ja bei einem Gott nicht der Fall. Weil der ist ja nicht jemand, der sich vorher jemand anderem schämen müsste. Was ich mich halt eben frage ist, was soll dieser Satz überhaupt bedeuten? Wieso will Jesus, dass du dich für ihn schämst? Das verstehe ich überhaupt nicht. So, und jetzt kommt natürlich 8. Minute die Pascal'sche Wette. Die Pascal'sche Wette, die funktioniert nicht, weil die Pascal'sche Wette voraussetzt, dass es nur eine einzige Weltanschauung gibt, die propagiert, dass es nur einen einzigen Weg in den Himmel gibt, und die propagiert, dass es eine Hölle gibt. Und das ist nicht der Fall. Es gibt extrem viele, ja tausende Weltanschauungen, wo so etwas propagiert wird. Der Islam ist eine davon, und wenn jetzt der Islam Divide ist, dann kommst du auch in die Hölle, und ich ebenfalls. Das heißt also, die Pascal'sche Wette funktioniert nicht, weil, wenn der Islam Divide ist, dann hast du überhaupt nichts davon. Ja, du kannst nicht sagen, ja, wenn das Christentum Divide ist, dann sollte ich lieber Christ sein. Ja, aber wenn der Islam Divide ist, dann bringt es nichts. So, die 9. Minute, Leute, die im Gefängnis sitzen, werden verwandelt, ja, und da haben wir wieder ein esoterisches Konzept, warum das so ist, weil in ihrer Entwicklungsstufe das der nächste Schritt ist. Das heißt, das sind Kriminelle, und die brauchen den Glauben an die Hölle als Motivation, um gute Menschen sein zu können, und da sind wir Esoteriker längst darüber hinaus, wir brauchen keine Bedrohung, um ein guter Mensch sein zu können. Und Gott fragte die Menschen in Gesprächen mit Gott, brauchst du die Angst vor der Hölle, um ein guter Mensch sein zu können? Und in dem Moment, wo Gott diese Frage stellt, machen wir uns bewusst, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Die einen Menschen, die diese Frage mit Ja beantworten, und die anderen Menschen, die diese Frage mit Nein beantworten. Und wenn du ein so unbewusster Mensch bist, so egoistisch bist, dass du einen unendlich großen Schaden, also Motivation brauchst, der dich bedroht, um ein guter Mensch sein zu können, weil du ansonsten Blödsinn machen würdest, während es auf der anderen Seite Menschen gibt, die das nicht brauchen, dann müssen wir uns einfach mal ganz klar Erfahrungen führen, was für ein großer Unterschied die Charakterstärke dieser beiden Arten von Menschen ist. In der 11. Minute, die Gebote sind nur als Gratmesser, um zu sehen, ich bin nicht heilig, ich bin ein Sünder. Das heißt, dieser Gott, der hat die Menschen zuerst so hergestellt durch den Sündenfall, weil der Sündenfall ist ja auch von Gott erschaffen worden. Und wenn du sagst, dass die Menschen keinen freien Willen haben, dann gilt das ja für Adam und Eva ebenfalls. Und als Gestalter von allem, was passiert ist, ist auch er der Lenker von allem, was passiert ist. Das heißt, er hat Adam und Eva so hergestellt, dass sie der Verführung der Schlange erliegen, wodurch sie im Endeffekt keine andere Wahl hatten, als dass das alles passiert. Und wenn er von Anfang an festlegt, dass es ein außergewähltes Volk leben wird, dann hat er auch von Anfang an festgelegt, dass es nicht außergewählte geben wird. Und die setzen voraus, dass es Leute gibt, die Unrechtschaffen sind. Und das setzt voraus, dass es Sündenfall passiert. Und das setzt voraus, dass Adam und Eva einen Apfel beißen. Und das setzt voraus, dass Adam und Eva keine andere Wahl hatten, als das zu tun, wodurch Adam und Eva keine Schuld trifft, sondern die ganze Schuld bei Gott liegt. Dafür, dass der Sündenfall zustande kommt. Und das heißt also, zurück zu der Sache, die du jetzt gerade gesagt hast, in der elften Minute. Gott hat also allen Ernstes zuerst uns alle so hergestellt, dass wir Sünder sind. Und dann hat er Gebote hingestellt, um uns zu demütigen, um uns zu zeigen, wir sind Sünder. Das ist sowas von dermaßen absurd lächerlich. Das ist einfach nur eine Möglichkeit von einem Gott, um uns einfach ein künstliches schlechtes Gewissen zu machen und um uns dazu zu bringen, zu sagen, ich bin ein schlechter Mensch. Und das war's dann. Zuerst erschafft er Gebote in dem Wissen, dass wir sie nicht einhalten können, wodurch die Frage gestellt wird, wozu sollen wir sie dann einhalten? Warum schafft er sie dann, wenn wir sie eh nicht einhalten können? Das sind alles so Fragen, die man sich wirklich mal stellen sollte, ja. Und diese Gebote sollen nur dazu da sein, damit wir wissen, wir können sie nicht einhalten. Das ist komplett absurd. Komplett. Da ist das nächste Video. Da hat es, das heißt, was wäre, wenn Jesus Gott ist, Christentum versus Islam? Frage, wer hat der Recht? Dogmatik? Ist wichtig, sagt er. Also bei der Frage, wer hat der Recht? Da sagt er, Dogmatik ist wichtig. Bullshit. Das ist natürlich ein Schwachsinn, nicht zu überbieten, weil bei der Frage, wer hat der Recht? Da brauchen wir doch einen Maßstab, der objektiv ist, um zu überprüfen, wer recht hat. Und Dogmatik ist kein Maßstab, sondern Dogmatik ist subjektiv. Dogmatik geht immer von einer Weltanschauung aus. Das sind einfach nur Behauptungen in einer Weltanschauung und das hat überhaupt nichts Objektives. Das ist nichts, woran wir unabhängig von unserer Weltanschauung messen können, was wahr ist. Deswegen ist Dogmatik das Schlechteste, was man machen kann, wenn man sich die Frage stellt, wer hat Recht? Man muss sich einfach die Frage stellen, wie es sein kann, dass bei allem, was wir herausfinden, was wir überprüfen, die Logik und die Fakten der Maßstab sind, aber bei Gott ist das auf einmal was ganz anderes. Da ist auf einmal nicht die Logik und die Fakten der Maßstab für das, was wahr ist. In der fünften Minute sagt er, du hast keine Heilsgewissheit bei Muslimen und bei den Juden und bei den Muslimen und bei den Juden ist das das Argument, warum das besser ist als das Christentum. Weil, sobald du nämlich weißt, dass du in den Himmel kommst, brauchst du nichts mehr zu tun. Du kannst sündigen ohne Ende und kommst trotzdem in den Himmel, weil du hast gerade selber gesagt, dass du das Heil nicht verlieren kannst. Das heißt, du kannst dir alles erlauben, egal was. Und während du als Muslim dich bemühen musst, wirklich gut zu leben, rechtschaffen zu leben, in der Hoffnung ins Paradies zu kommen, genau das ist also ein Eigentor. In der siebten Minute sagst du, Juden und Muslime glauben, man könnte sich entscheiden, ob man den Geboten Gottes folgt. Das hast du verneint. Und du musst dich einfach vor Augen führen, objektiv betrachtet können wir das sehr wohl. Ich glaube zwar nicht daran, dass es Gebote gibt, Gottes, aber ich bin mir sicher, wir können jeden Tag uns nur entscheiden, einfach Dinge zu tun, auf die wir keine Lust haben und uns darauf trainieren, immer besser und besser und besser daran zu werden, bis wir uns umprogrammiert haben, immer oder fast immer die richtigen Dinge zu tun, die getan werden müssen, weil sie einfach objektiv richtig sind. Und die Dinge sein zu lassen, die falsch sind, wir haben die Möglichkeit, uns darauf zu trainieren, wir müssen das einfach Stück für Stück machen. Es gibt sehr viele Menschen, die das gemacht haben. Wir müssen sich nur entscheiden, damit anzufangen. In der 8. Minute sagst du, und jetzt kommt wirklich extrem Lustiges, etwas extrem Lustiges, die Tora sagt, wer das kleinste Gesetz schuldig ist, der wird die volle Strafe bekommen. Das sagst du bei der Debatte, ob der Islam oder das Christentum die Wahrheit ist. Babuji, wenn der Islam die Wahrheit ist, dann ist es völlig egal, was in der Tora steht. Weil wenn der Islam die Wahrheit ist, dann gilt das, was im Koran steht und nicht das, was in der Tora steht. Weil die Muslime sagen, dass Tora und Bibel im Nachhinein verfälscht worden sind. Das heißt, die Tora gilt nicht. Das heißt, du hast allen Ernstes, um jetzt hier darzustellen, dass das Christentum gegen den Islam gewinnt, hast du allen Ernstes jüdische oder christliche Maßstäbe gesetzt. Ja, das ist das Gleiche, wie wenn der Moslem sagen würde, das Christentum verliert gegen den Islam, weil der Koran sagt, dass das Christentum falsch ist. Ja, totaler Quatsch. Elfte Minute. Wie wird die Sünde definiert von Jesus Christus selbst? Babuji, in dem Video, da geht es darum, wer gewinnt, Islam oder Christentum? Und jetzt, um das zu überprüfen, fragst du, was Jesus in der Bibel gesagt hat, was Sünde ist. Das ist völlig irrelevant. Und Jesus sagte, wenn du eine Frau Löstern anschaust, dann hast du schon Ehebruch verrichtet. Das ist natürlich totaler Blödsinn, weil erstens, wer es derjenige da uns so hergestellt hat, dass wir einfach einer Frau nachschauen, Gott, also ist er derjenige, der der eigentliche Sünde ist, weil wir können nichts dafür. Wir können keine Sünden begehen, wenn wir etwas nicht dafür können, weil Sünde ist ja das Übertreten der Gebote Gottes. Und zweitens, es ist einfach nichts anderes, als eine theologische Erfindung der katholischen Kirche, um die Leute dazu zu bringen, zu sagen, zum Pfarrer, Pfarrer, ich habe gesündigt, ich habe eine Frau Löstern angeschaut, wie viel Goldtaler muss ich zahlen, damit ich meine Beichte abhalten kann. Ja, also, das ist einfach nur lächerlich. Und außerdem, warum sollte es Ehebruch sein, einfach nur, wenn man einer Frau nachschaut? Es ist ein großer Unterschied, ob du einer Frau nachschaust, oder ob du wirklich mit ihr schläfst. Weil, wenn eine Frau mit ihr zusammen ist, dann wird sie das nachsehen, weil sie schaut auch manchmal Männern nach. Das ist einfach menschlich und nur weil in der Bibel steht, dass das eine Sünde ist, heißt es nicht, dass es eine Sünde ist. Und nur weil in der Bibel gesagt wird, dass das eine Sünde ist, heißt es nicht, dass der Islam jetzt irgendwie verliert. In der 17. Minute sagst du wirklich, dass die Stärke des Christentums die ist, dass wir uns nicht von selber retten können und dass uns Jesus Gnade liefert. Ja, Babuji, was ist Stärke objektiv betrachtet? Die Esoterik, wo gesagt wird, dass es nicht vorbei ist, bis du gewonnen hast, oder das Christentum, wo du für das falsche religiöse Etikett ins Nichts verschwindest. Ja, also was die Gnade angeht, schlägt die Esoterik das Christentum haushoch und außerdem wird hier wieder künstlich ein Problem erschaffen und dann wird die Lösung dafür verkauft. Es wird zuerst künstlich in deinem Kopf ein Problem erzeugt, nämlich, dass du einer unendlich großen Gefahr ausgesetzt bist, nämlich einfach ins Nichts zu verschwinden und dann wird die Lösung verkauft, nämlich, dass du dich einer Theologien unterordnen musst, während in unseren Weltanschauungen das Problem überhaupt nicht da ist und es völlig egal ist, welches religiöse Etikett du hast. Das heißt, wenn ich recht habe, profitierst davon, ohne dass du es jetzt weißt und ohne dass du etwas dafür tun musst und das ist die Gnade Gottes. In der 22. Minute sagst du, du wirst verurteilt je nach Glaube, je nachdem, wem du dich fundamentalistisch und dogmatisch angeschlossen hast. Diese faschistische Scheiße finde ich zum Gott. Das muss man sich erst einmal vorstellen. Wenn der Islam die Wahrheit ist, dann sagt der Allah zum Moslem, du hast zufälligerweise an meine Dokument geglaubt und kommst dann ins Paradies und wenn der Jahwe die Wahrheit ist, sagt er, du hast zufälligerweise an meine Dokument geglaubt und kommst ins Paradies und der jeweils andere, zudem sagen die beiden Götter, du hast zufälligerweise die falsche Lebensversicherung abgeschlossen und warst zufälligerweise nicht ausgewählt von mir und kommst deswegen ins Nichts und wirst einfach ausgelöscht. Einfach Pech gehabt und das ist einfach nur unfassbar. Das ist einfach nur die Lotterie, die darüber entscheidet, ob du einfach ins Nichts verschwindest oder ob du einfach nur ins Paradies kommst und dann die fette Bedungung kassierst. Das ist an Schwachsinn und an Irrationalität und an Entschuldigung, Dummheit nicht zu überbieten. Ich sag's wie es ist. Das muss man einfach ganz knallhart zu sagen und das sag ich nicht um dich zu diskreditieren sondern das sag ich zu jedem Einzelnen, der das glaubt. Weil wer an sowas glaubt, der sollte sich wirklich Sektenberatung anmelden, weil Sekten arbeiten mit Gehirnwäsche und verhindern somit, dass du in der Lage bist, logisch zu denken. Damit du dich der Sekte unterordnest, wovon die Sekte lebt. Weil Sekten wissen ganz genau, dass sie nicht die Wahrheit sagen, dass sie dich anlügen von vorne bis hinten und deswegen programmieren sie dein Gehirn so um, dass du nicht in der Lage bist, die Lüge durchschauen, jemand ganz leicht mit Logik durchschauen könnte und deswegen, um das zu verhindern, wird das Gehirn so bearbeitet, dass du nicht immer dazu in der Lage bist. In der 23. Minute sagst du, ich rücke nicht vom Dogma ab, weil das ist mein Heil. Weil sonst verliere ich mein Heil. Was die Behauptung selber ist. Das heißt, du sagst, ich rücke nicht von meinen Dogmen ab und das begründest du mit einem Dogma. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Im letzten Video, was ich auseinandernehmen möchte, wo es darum geht, warum du auch ein Fundamentalist bist, Dogmatik gegen den modernen Zeitgeist. Da sagst du in der zweiten bis dritten Minute, wenn wir sagen, Fundamentalismus muss weg, dann leben wir in einem leeren Raum und den müssen wir füllen. mit anderen Quellen und Ansichten. Und in der dritten Minute sagst du, dann werden wir Mitglied bei der Klimabewegung, LGBTQ-Bewegungen. Der menschliche Geist ist so gestrickt, dass er ein Vakuum in dem Sinne nicht zulassen kann. Und das ist einfach falsch. Es mag zwar sein, dass es bei der breiten Masse so ist, dass man natürlich bequemerweise lieber Copy-Paste macht und dogmatisch wird, sei es religiös, sei es politisch oder ideologisch, einfach nur, weil das einfacher ist. Und es kommt auch darauf an, wie die Menschen geprägt sind. Die meisten Menschen haben in der schwachen Wege das Bewusstsein, was dazu führt, dass sie einfach dogmatisch sind, es nicht selber denken können, einfach alles per Copy-Paste von anderen übernehmen, um Anerkennung zu bekommen. weil das evolutionäre Programm in ihnen tobt, welches sagt, glaubt das, was die anderen glauben, damit du dazugehörst, weil in der Evolution was so, dass du dazugehören musstest, um zu überleben. Und so kommt es zustande, dass bei unbewussten Menschen diese evolutionären Programme greifen und einfach dogmatisch werden. Bei bewussten Menschen hingegen ist es anders. Sie sagen, ich mache mir bewusst, dass das nur Meinungen sind, was die anderen sagen. Und dass ich nicht einer von denen sein möchte, der einfach in irgendwas blind glauben, sondern ich recherchiere selber, ich forsche selber und finde die Wahrheit selbst heraus. Und das weiß ich und glaube nicht. Und deswegen ist es so, dass Menschen, die zum Beispiel aufwachsen in einem atheistischen Haushalt, einfach genauso sind wie du, Dogmatiker, und somit ist es einfach eine Sache der anderen Prägung. Der einzige Grund dafür, warum die Menschen sich anderen Dogmen zuwenden, ist nicht, weil sie den Dogmatismus ablehnen, sondern weil sie einfach eine andere Geschichte haben als du. Das heißt, du kannst nicht sagen, wenn man vom Dogmatismus abweicht, kommen wir nicht weiter. Das stimmt nicht. In der 14. Minute sagst du, gute Dogmen, die über die Jahrtausende überprüft und angepasst worden sind, denen sollten wir uns unterwerfen. Ist auch falsch. Wenn Dogmen angepasst worden sind, dann hängt es immer nur damit zusammen, wie man die Menschen manipulieren kann, weil solche Sekten, die haben zum Beispiel bei der katholischen Kirche einfach gesagt, dass es das Fegerfeuer gibt, damit die Menschen nicht sagen können, jetzt habe ich gesündigt, jetzt komme ich in die Hölle, jetzt kann ich sündigen und Ende, weil jetzt ist eh schon wurscht. Dann hat man einfach stattdessen das Fegerfeuer erfunden, damit man weniger sündigt oder Geld zahlt, um wenige Jahre im Fegerfeuer zu verbringen und so weiter. Das heißt, die Dogmen wurden angepasst, weil irgendwelche Sektenleute mehr Profit machen wollten oder weil sie festgestellt haben, dass manche Dinge einfach nicht funktionieren auf ihrer Agenda und überprüft sind Dogmen noch nie geworden, weil Dogmen können per Definition nicht überprüft werden. Dogmen sind unbegründete, leere Behauptungen, die einfach so den Leuten in den Kopf eingepflanzt werden, ohne Belege, ohne irgendwas. Wenn sie Belege hätten oder sie in irgendeiner Weise untermauert werden könnten, dann wären es keine Dogmen mehr, per Definition nicht. In der 30. Minute sagst du, dass die Esoterik satanisch ist, weil sie nur das Ziel hat, Rechnung zu erwerben. Und Menschen, die so etwas sagen, haben niemals im Leben Geld gehabt. Weil die Leute, die niemals Geld haben, die sind neidisch und gönnen es anderen nicht und sagen dann zu diesen anderen Menschen, du bist satanisch damit man sich selber im Vergleich dazu als etwas Besseres fühlen kann, um eine Ausrede zu haben, nicht selber den Arsch aufzureißen, um reich zu werden. Weil sonst ist man ja satanisch. Und gleichzeitig, unsere Leute helfen anderen Menschen und dass man dabei Geld verdient, ist einfach nur ein Nebenverdienst. Es geht um die Hilfe der Menschen. Wir suchen uns ein Problem aus und lösen dieses Problem. Sei es Traumatherapie oder was auch immer. In der 32. Minute sagst du, antifundamentalistisch ist auch fundamentalistisch. Ist einfach falsch. Ich bin auch antifundamentalistisch und alles, was ich glaube und was ich weiß, ist das, was auf Logik passiert. Ich kann alles, was ich glaube, mit Logik begründen und alles, was dogmatisch ist, mit Logik widerlegen und es hat mit Fundamentalismus nichts zu tun, weil fundamentalistisch heißt, ohne Logik und ohne Fakten einfach so irgendwas glauben, einfach nur, weil es behauptet wird und sobald man diese Leute dann mit Logik konfrontiert, dann machen sie zu und merken, dass das unlogisch ist und ignorieren das einfach. Letzter Punkt. In der 34. Minute sagst du, dann ist unser Fundament weg und dann wird unser Haus einstürzen. Also wenn wir undogmatisch sind, dann ist unser Fundament weg und dann stürzt unser Haus ein und dann fragt man sich, wo ist der Zusammenhang? Was passiert genau mit den Menschen, wenn sie undogmatisch werden und was passiert genau, wenn das Haus einstürzt und wie sieht das genau aus? Wenn du ein stabiles Fundament hast, Fakten und Logik, was man nicht angreifen kann, dann hast du ein sehr starkes Fundament, was nicht einstürzen kann. Weil du kannst gegen Fakten und Logik nicht argumentieren. Aber wenn du dogmatisch bist, dann löst sich dein Weltbild in Luft auf, sobald du mit Fakten konfrontiert wirst. Wenn du behauptest, wie du selber gesagt hast, dass die Bibel buchstäblich zu nehmen ist, dann brauchen wir nur mit Wissenschaft kommen und sagen, dass die Welt nicht in sechs Tagen erschaffen wurde und zack, schon ist die Behauptung, die Bibel ist das Wort Gottes, Adam-Sodom geführt, was dazu führt, dass die Bibel nicht das Wort Gottes ist und das wird das, dass du nichts von der Bibel glauben kannst und dogmatisch übernehmen solltest. Unser heutiges Fazit, Glaube ist keine Entscheidung, aber Ignoranz ist eine Wahl. Das heißt, du kannst jetzt gerne einfach so weiter in dem dogmatischen Sumpf bleiben oder einfach mal wirklich in den Spiegel schauen und dir die Frage zu stellen, komme ich wirklich zur Wahrheit, zur objektiven Wahrheit, wenn ich dogmatisch bin und diese Frage musst du mit Nein beantworten, weil solange du dogmatisch bist, weißt du es ja nicht, weil Dogmatik ist ja blinder Glaube und kein Wissen und deswegen fang an, dich mit Wissenschaft und Logik zu beschäftigen, fang an, dich mit übernatürlicher Wissenschaft zu beschäftigen, sei es die Reinkarnationsforschung zum Beispiel, fang an, den Nahtoderfahrungsvideos anzuschauen, was ein ganz klarer Beleg liefert dafür, dass es nicht so ist, dass die Nichtchristen in die Hölle gehen, ja, ganz sicher nicht und dieser Beleg, dieser Fakt wird einfach ignoriert, weil du es nicht wahrhaben willst, weil du einfach in deiner Komfortzone bleiben willst und einfach weiter in Dogmatisch bleiben willst. Ich hoffe, dieses knallharte, aufklärerische Video hat geholfen, dass die Leute verstehen, dass Dogmatik in eine Sackgasse führt und dass man mit Dogmatik am aller, aller schlechtersten zur Wahrheit kommen kann und jeder, der dogmatisch ist, der sollte keine Sekunde es weiterhin sein, sondern auf der Stelle damit aufhören und zwar jetzt. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch die Augen aufgemacht und jeder, der dogmatisch ist, der zugeschaut hat, der sollte wirklich diesen Schlag in die Fresse ernst nehmen und mal darüber nachdenken und endlich mal kapieren, was für einen unendlichen Schwachsinn er da eigentlich macht und was für ein unendlicher Schwachsinn die Grundlage für sein Leben ist. Ciao!